Wenn Sie Outlook zum Empfangen und Versenden von E-Mail verwenden wollen, brauchen Sie zuallererst eine Mailadresse. Es gibt kostenlose Maildienste wie Yahoo, Web.de oder Windows Live. Wenn Sie eine Homepage Ihr Eigen nennen, haben Sie vermutlich auch dort eine Mailadresse. Unabhängig vom Anbieter gilt folgende Grundregel. Sie müssen Ihr Outlook zuerst mit den zuständigen Mail-Servern verbinden, bevor Sie E-Mails versenden und empfangen können. Es gibt verschiedene Arten von Mail-Servern. Beliebt bei den kostenlosen Mail-Diensten ist der sogenannte POP-Server. Nach erfolgter Verbindung lädt Outlook alle Nachrichten vom Server in eine lokale Datei auf Ihrem Rechner und entfernt die Mails vom ursprünglichen Lagerort, dem Server. Der Vorteil für den Mail-Dienstleister, er braucht wenig Speicherplatz für viele Kunden. Der Nachteil für Sie, wenn Sie von unterwegs via Web auf Ihre Nachrichten zugreifen wollen, blicken Sie in ein leeres Postfach. Nachrichten, die Sie versenden, werden nur lokal, also auf Ihrem Computer gespeichert. Auch sind Sie für die Sicherung Ihrer Nachrichten selbst verantwortlich. Solange sich das Mail-Aufkommen in Grenzen hält und Sie Ihre Post immer nur von einem Computer abholen, ist ein POP-Mail-Server aber völlig ausreichend. Andere Elemente, wie zum Beispiel Kontakte, Termine oder Aufgaben, können Sie auf einem POP-Server nicht speichern und somit auch nicht für andere Nutzer freigeben. Eine Klasse höher im Hinblick auf Komfort und Sicherheit ist ein IMAP-Server. Hier werden Mail-Programm und Mail-Server beim Dienstleister miteinander synchronisiert. Der Vorteil für Sie, Sie können von jedem Computer oder auch via Internet-Browser auf Ihren Nachrichtenbestand zugreifen. Aber auch hier gilt, Kalender, Kontakte oder Aufgaben bleiben außen vor und werden nicht synchronisiert. Sie können sich mit verschiedenen Web-Mail-Diensten wie Yahoo oder Windows Live verbinden. Leider lässt sich Outlook auch hier nur mit Einschränkungen nutzen. Die Königsklasse bei den Mail-Servern ist für Outlook der Exchange-Server. Für ihn wurde Outlook geschaffen. Diese Art Server hat man bis vor kurzem nur in Firmennetzwerken angetroffen. Dank neuer Technologien können Sie sich jetzt auch als Privatperson bei vielen Dienstleistern ein Exchange-Postfach via Internet mieten und kommen so in den Genuss aller Möglichkeiten, die Outlook dem Kommunikations- und Planungsbegeisterten bietet. Die Einrichtung solcher Exchange-Postfächer unterscheidet sich je nach Anbieter stark. Die entsprechenden Details erfahren Sie vom jeweiligen Anbieter. Weitere Technologien Untertitelung des ZDF, 2020